Piss dich. Haha, Opfer. Wie jetzt? Wo, wo? Oh, oh! Aber der PewDiePie hat mal ne richtige... Ja, okay, ist eh... Äh, nein. Das eine war die bei uns. Toll. Was soll ich jetzt machen? Okay. Ja, Mann, alle. Du weißt, wo wir lang müssen? Ja, okay, das ist jetzt noch mal ein ziemlich weiter Weg. Ja, so weit ist es nicht. Ja, Mann. Ja, wo gehen wir erst lang? Extrem lange Räume. Ja, ich geh jetzt erst mal links hier unten lang, weil da sind die meisten Räume. Habt ihr gehört, Skelette? Ihr seid unnötig. Vergiss es gleich. Auf einmal kommen jetzt so keine Skelette mehr, die haben uns so erhöht. Nein. Nein, 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 nein. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, jetzt schauen wir, wohin wir jetzt werden. einfach ich dachte das wäre eine Sackgasse ich kann es ja einmal durchpropfen das hat die übertriebenes Load die Dunkelheit hat dich nun sie war einer von uns bevor kennst du noch diese komische Boygroup Us5 WTF ich glaube wir haben gerade ein Monster beim Bumsen gestört ja Us5 was war das nochmal? so eine komische Boygroup stimmt ich weiß gerade gar nicht warum ich auf die kommen aber ja ja da kommst du jetzt auf Ass schwe ist es nett die 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 stirb mutterficker stirb die 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 oh mein Gott krank jetzt kriegen wir so einen Penis ins Gesicht geklatscht krank 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 wir müssen aufpassen dass du ihm keinen Sackgasse ist so aber dann auf einmal so keine Power mehr up and down you spin me around up and down maxi's cock is spinning around du hast mal das habe ich immer gesungen wenn wir lol gezockt haben das hatte ich mega abgefuckt echt ja ich mach auch nix sexy picture wieder an der Wand schau mal Artifakt hör mal das Bild an warum ok dann Arti 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 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 6 5 0 6 6 8 playmate 20 mal schneller ist deswegen deswegen werden wir auch bis zur letzten kack nacht kommen die tür zu ausjuckst schade und von mir ist noch 50 Skelette interessieren mich immer noch nicht die mautraus kann da waren wir noch nicht wenn ich gehe die Räume da so er hat komm schon Toll, nur so 20.000 Gold-Bauern. Ja, okay, die haben wir wieder abgehängt, aber... Wow. Ja! Nice. You cannot escape. Voll schlecht. Natürlich. So, Leute, hier sind wir jetzt wieder. Oh, perfekt. Geil. Lauf mal dauernd im Kreis hier. Was willst du? Guck mal auf die Map. Ja, okay, das ist dieser rechte eckige Raum. Links. Aber auf jeden Fall schon mal gut. Schon wieder dieses... LOL. Ja, was ist? Ach, LOL. Geil. Geilerle. Tschö. Billig. Das glaube ich. Tschö. Tschüss. Nachtsexu übertrieben leicht. Wann sind wir aufgewacht? Tja. Wie setzt du die Kopfhörer auf wie der letzte Depp? Hm? Drei. Ich wollte nicht meinen anderen Arm benutzen, damit ich das Mikrofon nicht punche. Okay, sehr gut. Also, Leute. Die letzte Nacht erwartet uns, ja? Ja. Auf geht's. Wahrscheinlich genauso leicht wie der Rest. Ja. Haben die es überhaupt schwerer gemacht? Oder jetzt stelle mal vor, jedes Klett wird so durch diese Frau ersetzt. Ja. Guck, schon wieder die Map dunkler. The final night. Okay, wie sieht der Plan aus? Artefakt. Das wäre so dick schlecht. Ja, das Klett, wow. Gar nicht mal umdrehen. Wenn jemand das findet, bin ich entschuldigt. Versuch einem so Angst zu machen auf den Zettel. Okay, diesen Raum will ich jetzt nicht verpassen. Ich will mich nicht am Ende darüber ärgern, dass ich nicht in den Raum gegangen bin. Über welchen? Hier links. Ja, da. Achso, ja, okay. Guck, guck. Alter. Ich weiß schon, warum ich das sage. Alter. Wenn ich da nicht reingegangen wäre. Renne ich, renne ich, renne ich. Ich wollte, ich wollte sagen, scheiße auf den Raum. Jünger, was sind wir für Lacker. Du rennst schon wieder, oder? Wo, wo? Oh! Bo, wo? Bo, wo? Bo, wo? Boah, aahhhh Alter, hätten wir das mit Facecam gemacht Boah, boah, aahhhh Komm schon Ach, Hals, Maul Nein, da kamen die her Schaut einfach gerade aus Ich war ja fast so geil wie dieser eine Moment bei Slender? Nee, ähm Outlast, wo ich so an dem Typ vorbei wollte Eigentlich müssen wir gar nicht mehr in die Truhen reingucken Nee, scheiß auf die Truhen Ich wette, da kommst du auch nur aus so ner scheiß Leiter hoch Ja, das war's dann Nee, bei Outlast, wo ich an dem Typ vorbei rennen wollte Ich so, Auf geht's, Iono Und wo ich mich dann wieder hinsetze neben dem, wo ich nicht auf Schiff gegangen bin, sondern auf Steuerung So geil Also, ähm Machine for Picks Das war jetzt nicht so der Burner Das fand ich scheiße, ehrlich gesagt Wenn da der Ausgang ist Nee, da hab ich schon geguckt Ja, toll Sklatt, ganz toll Toll, muss ich jetzt hier auch noch um die Ecke oder wie? Boah, das wär so scheiße, aber ich glaub nicht Komm schon, komm schon Oh nee, verpiss dich Ah Boah Ich dachte, wir müssen jetzt abbrechen Das wär ja so scheiße Wie, abbrechen? Ja, dass wir nicht mehr, ähm Dass wir nicht mehr weiterkommen Hey, wir kehrten noch andersrum können Echt? Das war ne Sackgasse Oh, ne doch nicht, doch nicht Ja, okay Die Ends hier Ich kann mich nicht bewegen Ich glaub wir sind Stuck Ah gut Ich muss einfach mal schnell auf die Map klicken Ich muss einfach mal schnell auf die Map klicken Und dann war's das Anfangen bei dem ersten Ey komm, jetzt verpisst euch Als ob jetzt Oh, oh Toll Wow Gibt's da noch nen Ausgang? Nein, scheiße Ja, okay, ähm Pisst euch Schau, dass du die irgendwie wegdrücken kannst Geht nicht Mach mal die Tür zu Scheiße Ja, das war's dann wohl Fuck Versuch dich irgendwie durchzudrücken Komm schon Greif uns an Hä? Ey, die sind ein bisschen weiter raus Wie? Oder? Ne Doch Ja 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 Verpisst euch Geil 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 Ich wollte gerade sagen, lasst die Aufnahme ab Guck mal unten rechts Guck mal unten rechts Geh mal auf die Map und guck unten rechts Hehe He Oh Wuuuuch Oh Sind wir tot? Ja Hm, mh genau Als ob jetzt Komm Alter Ey, das kann doch nicht sein Scheiß drauf. Ja, okay, warte, warte, bevor du jetzt hier das Spiel ausschaltest. Hä, die hat uns doch nur einmal geschlagen. Ja, keine Ahnung, was das sollte. Ich glaube, er wäre schon so lange in diesem Raum standen. Nein, das hat damit nichts zu tun, aber... Aber ich glaube jetzt nicht, dass das Ende irgendwie besonders ausgefallen wäre. Also, ja, warte, geh noch nicht raus, ich muss die Aufnahme ja noch hier vernünftig beenden. Stimmt. Also Leute, Ende dürft ihr euch keine Ahnung wo anschauen. Wir packen auch euch den Download-Link in die Videobeschreibung, bewerten und kommentieren, wäre natürlich geil. Und ja, das war's. Ja, keine Ahnung, wann wir uns mal wieder zusammensetzen und ein Horrorspiel aufnehmen. Aber das ist schon lange her, dass wir das gemacht haben. Und ja. Jo. Ja. Ja. Also dann, ciao Leute. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020